Freunde der Nacht, es ist wieder soweit. Wir haben monatelang geplant, viele Tage geprobt. Wir sind größer und spektakulärer als jemals zuvor. 16 Städte, zwei Tonnen Technik und die Lust, die Bühne zu rocken. 2017 gehen wir in eine neue Runde. Schlagt ihr den Hänsel? Entertainment und Rock on Cooking. Deutschland, Luxemburg und Belgien. Wir kommen.